Servus Leute, heute gibt es wieder ein Kommentar-Raid, beziehungsweise zwei Raids von meinem zweiten Account. Da war ich so circa mit Level 7 unterwegs, ganz genau, weiß ich es nicht mehr. Und hab da auf Customs gequestet und versucht alles zu kommentieren. Ich hab euch da, ja, zwei Raids rausgepickt, bei denen es recht gut funktioniert hat, bei denen ein bisschen Action war. Und ja, ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen, schaut's euch einfach an. Wie gesagt, ich versuche alle meine Entscheidungen da zu kommentieren, dass ihr das nachverfolgen könnt, warum ich was tue. Das ist der ganze Sinn dahinter. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, passt mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Gut. Achso, ja, wir müssen in die Dorms. Brauchen aber nicht rushen, es ist ja nicht Anfang vom Vibe. Ich denke mal, der Key würde dann auch noch da sein. Wir müssen in die Dreierdorms zweiter Stock den Key holen. Mich ist immer gut. Und dann die Pocket Watch. Arg hoch springen tut er ja nicht. Arg viel Ausdauer hat er auch nicht. Hier in der anderen Garage soll alles spawnen, hatten wir eben schon, ne? Strike Zigaretten brauchen wir. Zucker können wir später verkaufen. Das geht rechts zum Trader, ist gut. Hier kann alles spawnen? Hi Virus, servus. Ja, ist schon ein guter Unterschied. Es ist nicht so, dass man als Level 1er gar nichts machen kann, ne? Ah, er ist freitvoll. Weihnachten! Okay, da ballert ein Scav oder ein PMC mit dem MG rum. Ich werde jetzt nicht viel looten vorher, weil wenn ich noch in die Dorms gehe, ist das Risiko halt da, dass ich sterbe. Von daher, das ist eher so ein Run, so ein bisschen nebenbei looten und dann raus hier, die Quest steht im Vordergrund. Oh mein Gott, duut! Ich bin Level 4. Ich bin Level 4. Könnte gehittet haben. Hallo? Nicht, ich habe ihn. Ich könnte nachschauen, wie viele PMC-Kills ich habe. Hat mir meine Level 4 Amor schon was gebracht. Ohne Scheiß, Mann. Der sieht doch, dass ich low gear bin. Ich glaube, der ist tot. Ich komme hier nicht mal hoch, ey. Ich glaube, der ist tot. Ich habe doch mit ihm gesprochen. Er antwortet ja nicht. Ich glaube, die Nate war ziemlich on point hinter dem Auto. Ich fühle mich danach, dass ich... Bis zum nächsten Mal. Die Nate war ziemlich on point. Die ist genau auf seinem Kopf gelandet, habe ich so das Gefühl. Die ist ziemlich genau auf seinem Kopf gelandet. Nice. Die eigentlichen State, sehr gut. Zweites, aber viel mehr werde ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ah, Kollege, wie schaut's aus? Das ist ja unglücklich für ihn, ne? Shit. Hätte er mal auf mich gehört, ja. Das ist ne M4, ne? Mit dem Visier würde ich halt auch nichts treffen, mal ganz ehrlich. Da kann man sich echt überlegen, die Ironsides dran zu machen. Gut. Deshalb, ähm, deshalb versichert mal. Ne, der hat hinten das KAC oder was? Ne, das ist ne richtiges Scheiß-Scope. Na gut. Man kann schon damit arbeiten, so ist es nicht. Ich hab ne Taschenlampe. Es könnte schlimmer sein. Aber die M67-Granate war genau das Richtige in der Situation. So, kommentieren. Warum hab ich den Kill bekommen? Warum konnte ich das mit der M67-Granate machen? Ähm, die explodiert erst nach 5 Sekunden. Das heißt, ich weiß, ich hab niedrige Stärke. Wenn ich die in die Luft werfe, kommt die wieder runter, bevor sie explodiert. Und ich hab sie genauso... Ja, sie ist genauso geflogen wie geplant. Und hat ihn ziemlich zerlegt. Ich hab leider keinen Todessound gehabt, deswegen war ich mir nicht sicher, ob er tot ist. Aber, wenn man niedrige Stärke hat, kann man das auch nutzen. Dann fliegen die Granaten nicht so weit. Und dann kann man genau sowas mit einer M67 zum Beispiel machen. Hätte ich die mit voller Stärke, also mit Stärke Elite geworfen, die wäre irgendwo in der Stratosphäre explodiert. So in der Art. So, wir questen natürlich weiter. Ein Level-4er-Rig, die ich hier hab. Aber ich kann halt schlecht meine Trooper jetzt mitschleppen. Das geht nicht. Da nur Impact? Nein. Das heißt, Impact sind allgemein nochmal andere Granaten. Impact sind keine taktischen Granaten. Impact sind rein dazu da, Leute zu töten. Okay. Na komm, scheiß drauf. Das ist ein Plan geworden, vorher nicht viel zu looten. Außergewöhnliche Umstände sind eingetreten. Hier ist auf jeden Fall Party. Ich hab keine Ahnung wo. In welchem Stockwerk. Aber wir müssen bloß hier oben rein und rechts rein. Mit etwas Glück können wir das tun. Die sind schon mal nicht hier. Das heißt, ich versuche rauszufinden, in welchem Stockwerk die sind. Er ist hier. Machen Laser aus, dass sie mich nicht sehen. Keine Nails mehr. Hat er keine Nails, Mann? Okay, go. Von unten. Hat von unten eine Nail reingeprellt. Einer ist hinten draußen. Einer ist hier rechts. Ich glaube, er tötet mich, wenn ich rumziehe. Und ich blute. Okay, wir ziehen rum. Okay, er tötet mich nicht. Ich töte ihn. Ich dachte, er wäre ein bisschen näher. Hier an der Stelle lohnt sich Propital. Schauen. Was hab ich geladen? Full 8551. Okay. Wieder draußen. Am Fenster. Zwei. No. Ihr kleinen Lappen, ey. Ihr kleinen Lappen. Scheiße. Na gut. Kommt der eine durch, der andere war klar, dass wir... Sind sie echt zu zweit da gekommen, ey. Sind sie echt zu zweit da gekommen. Also, immer noch dasselbe Spielchen. 15 Scavs und Schlüssel suchen. Gut. Wo geht man lang? Ein MK18 Magazin. Okay. Was? Ja, direkt in die Dorms rennen ist keine Option. Ich glaube... Ah, wir gehen hier hinten rum. Ist alles nicht so gut mit der Ketta. Aufpassen, hier könnte schon irgendwo einer kommen. Wenn hinten an der Old Gass einer gespawnt ist. Aber hier werden jetzt noch keine Scavs sein. Das ist die Sache. Ah, ich glaube, ich gehe doch vorne lang. Hey, wir looten einfach hier die Halle durch. Kommentar-Rate auf dem Second. So sieht es aus. Ketta ist eine OP-Waffe. Ja. Ein bisschen. Kommt drauf an, wenn man das Gesicht trifft. Ja. So, was ist hier drin? E-61. Ein Schuss, aber... Besser als nix. Kann man zum Snipen nehmen. Spiteful. Danke für noch einen Gegifteten. Danke für den Hypetrain auf Level 6. Und 14 Gegiftete insgesamt. Danke für den Support. Hey, Krishy. Servus, Le. Danke für den fetten Hypetrain. Und dass es dich auslaufen lässt. Natürlich auch die anderen mit den 5er und 6er Bomben. OP ohne Power. Naja, wenn es im Gesicht trifft, ist es OP. Das stimmt. Problem ist halt mit der Ketta, Sniper-Scaves da runterschießen. Oh, come on. Ah. Der springt gar nicht mal so hoch hier. Ey. Leck im Flug. Nice. So, auf geht's. Okay, hier können überall Leute sein. Ich habe immer Befürchtung, dass hier von rechts Rischala und seine Crew schießt. Ist aber nicht der Fall. Hey, Moratan. Eigentlich können wir zumindest in die 2er Doms gehen. Ah, nee. Hier sind Scaves. Okay. Erstmal paar Scaves erschießen. Oh. Shit. Ich habe kein Meck hier dabei. Das macht auch nicht so gut, ne? Und wie du ihnen sagst, danke für den Prime. Danke für zwei Jahre. Ich komme zur Gnabo-Falle. Danke für den Support. Das freut mich natürlich. Danke für den Support. Danke, dass du ein Prime-Mail hast. Und schon zwei Jahre. Oh, shit. Okay. Ey, Barti, los. Da schießen ein paar Leute aneinander vorbei an der Baustelle. Hört sich ein bisschen wild an. Also für ein Scaves-Battle. Ich höre hier irgendwo ein Scaves entweder innen. Auf jeden Fall. Ich will nicht unbedingt da in diesen Fight reingezogen werden. Aber ich will hier diesen Scaves killen. Ähm, wir gehen doch zweier Daumes jetzt unter den Umständen. Weil wenn der Fighter ist, bringt eh nix. Viel Geballer heißt, man kommt leicht näher ran. Ja, ist auch nicht so gut. Und Speicher, danke schön für fünf Gegifte. Was ist denn los? Danke für die ganzen Fünferbomben. Danke für den Support und den Hype Trainer auf fast Level 7. Genau, ein bisschen Ding, Ding, Ding. So, dann können wir hier doch noch ein paar Schlüssel suchen. Sieht so aus, als wäre noch keiner da gewesen. Alles gut. Vielleicht kommen wir hier auch ein paar Scaves. Es ist Freitag, let's go. Speicher, danke schön für 91 insgesamt schon. Den Brau... Das Schimek braucht man. Let's go. Später zum Ablegen. Let's go, let's go. Kann ich das hier unten reintun? Ja. Ist nicht wichtig. Das brauche ich später zum Ablegen bei der... Bei der... Ähm... Regman-Quest, bei der einen. Dankeschön für den fetten Hype Train, wirklich. Moment, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So. Ich atme. Moment. Man sollte nicht immer seine Riegel einatmen. Das schaffe ich irgendwie jedes Mal. So. Dann... Wo sind denn hier noch Jacken? Ich glaube, der Rest ist da oben, ne? Hier ist eine Daffel. Ähm... Mal die Cabinets oben. Die Jacken. Dann schauen wir mal, dass wir hier unbeschadet rauskommen. Ich hoffe natürlich immer noch auf den... Auf den Office-Key. Ich glaube, ich habe einen Step gehört. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich habe einen Step gehört. Unter mir. Daumenrooom 220? Schöne Sache. Da auch mal. Quest-Key. Tag auf mit einem neuen PC, ganz andere Welt ist, glaube ich. Das glaube ich. Oh boy. Spieler. Den Rechtspeak stellen. Den Rechtspeak stellen und ihm Headshot drücken. Dankeschön für den Hypetrain auf Level 96%. Der hat jetzt abgeschlossen, oder? Ah, Leute. Der Hypetrain ist schon durch. Shit. Speichel, Dankeschön für 1000. Leute, danke für den fetten Support. Danke für den fetten Support. Und Case 2, danke für die 5 Euro. Beste Art des Supports. Für den 6-Pack-Wasser, okay. So, wir looten den jetzt schnell. Leute, Dankeschön. Hier auch, auch Speicher noch. Danke für die 1000. Keine Ahnung. Leute, ein bisschen Ding-Ding-Ding und Hype. So. Level 47 mit zwei Waffen. Ähm, schau. Ja. Okay. Er ist ziemlich sicher nicht so glücklich darüber, was hier gerade passiert ist. Dankeschön für... Keine Ahnung. Für dein Gear, für den Hype Train. Das haben wir. Ah, okay. Ja, wir schauen mal, dass wir die hier rausbringen. Das ist sicherlich keine schlechte Idee. Der ist richtig glücklich. Ja, der freut sich gerade richtig. Danke für diesen Ketterheadshot. Aber das ist das Wichtige. Genau in... Im... Im Right Peak zu stehen. Ganz wichtig. Oh, nur PS. Okay, das ist eine gute AKM. Die können wir dann gleich spielen. Ah, ich glaube, ich habe keine PS. Das wäre eine T45. Scheiß drauf. Sebastian, servus. Ah, da ist ein Rucksack. Nett von ihm. Nett von ihm. Pre-looted, sozusagen, ne? Ja, ja, ja. Danke. Ah, auch noch so ein großer. Okay. Mal schauen, was da drin ist. Wir sind auf jeden Fall overweight. Ah, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir rauskommen. Right Peak. Daumentasten. Maus. Maus, Daumentasten. Habe ich, äh, Linen. Ähm. Meine Fresse, ne? Ja, okay. Okay. Bilde Nummer, Freund der Sonne. Okay. So, jetzt haben wir doch hier ein bisschen Gier, ne? Könnte echt schlimmer sein. Na gut. Hat sich für den falschen Helm entschieden. Das stimmt ja. Ah, die Kette hätte das wahrscheinlich aufgehalten. So, da ist lauter PS-Ammo drin. Das ist schon mal sehr gut. Ähm. Jetzt müssen wir raus hier. Einen Key haben wir sogar gefunden. Welche Exits haben wir? Crossroads. Können wir prepankieren? Dann haben wir irgendwas. Ibu, let's go. Alrighty. Okay. Gehen wir anders lang? Mein Stärke-Level ist noch nicht ganz perfekt. Das wird jetzt ein längerer Weg hier raus. Ich hoffe, dass der keinen Teammate hat, der hier auf die Tür aimt. Ich glaube, wir gehen oben. Wir gehen oben über die Treppe. Das ist eine große Ibu, das stimmt. Geistesjub ever. Richtiger, richtiger Movement-God. Gut. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber ich will auch beide Rucksäcke rausbringen. Ganz wichtig. Wir müssen das EWR mal trinken. Ich glaube, wir können hier das CMS erstmal rausnehmen und das hier unten reintun. Mal hierher. Ich hoffe, hier ist jetzt niemand. Aber hier ist es auf jeden Fall sicherer rauszugehen. Passt. Leck mich am Arsch, ey. Willst du mich verarschen? Oh. Mein Gott. Ja, der Name passt, ey. Ohne Scheiß, ey. Junge. Oh. Junge. Oh. Ich habe den Namen nachts. Oh. Oh. Wieso? To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again